Du hattest doch alles. Immer schon stand ich in deinem Schatten. Du, dein Bruder und dein Vater, ihr seid ein Geschenk Gottes für mich. Es kann nur einen Helden in der Familie geben. Thomas, es hat funktioniert! Ich will kein Mitleid! Ich will Vergeltung! Ich liebe dich! Für frei sein! Thomas! Der Aufstand Das Musical vom ICF München Aufführungen am Wochenende vom 6. bis 8. Dezember im Kesselhaus München àsannen wir uns auf den Laden anfangen! масel Diener 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 Also, dieses Vorsicht ist ein Geschenk Gottes für uns. Ich will keine Überprüfung haben. Das ist ein Geschenk Gottes für mich. Ich will keine Überprüfung haben! Diener Das ist ein Geschenk Gottes für mich. Diener Diener Diener